Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Standort der Geisel in Gefahr. Angriff steht direkt bevor. Es bleiben noch 10 Sekunden. Ja, ich habe meine ganze Bildschirme. Achtung, die Gegner haben Sichtkontakt zur Geisel. Der Stacheldraht ist bereit. Ja, so viel Rampen brauchst du eigentlich gar nicht. Feindliche Drohne nähert sich. Ich starte die Uhr. Ja, ich mache hier auch alles neu. Ich habe mir alles verkauft. Dann neu. Jetzt habe ich erst ein Bildschirm. Drei kommen noch. Dann kommt noch... Dann kommt noch eine zweite. Ich bruche so eine X und ich bin down. Karpetau. Ich starte die Uhr. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Auf jeden Fall zwei in der Garage. Einer ist noch an der Seite in dem kleinen Raum. Pass auf. Niwada an der Seite. Pass auf. Treppe? Was ist da? Treppe ist auch einer. Niwada. Betrug ist auch eine kielende Webster und die russische Tür. Einer besitzen leider. Nichts, wenn sie auf siehe. Und wieder geht's. Die russische Tür ist die nächste Expedition. Der eine Mandat! Die Ressittel. Letzter verbleibender Gegner, Gegner eliminiert, Mission erfolgreich. Stabilisatorn Ihr müsst die Geisel finden. Bestätigt. Die Geisel wurde lokalisiert. Zehn Sekunden. Fünf Sekunden bis Einsatz. Geisel entdeckt. Finden Sie diese Schädchen. Machiere den Feind! Ich lade da! Du hast mich nicht geplattet. Aua! Ohne geht raus! Markiere Feind! Puls! 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 Einer Druck hat Gegner eliminiert. Einer Druck hat Gegner eliminiert. Easy. Wir können ja auch eine Partnerschaft machen, wenn du Bock hast. Nee, ich meine auch so zusammen streamen. Zusammen streamen beispielsweise oder mal zusammen aufnehmen, was aus deiner Sicht, aus meiner Sicht geht. Weißt du so? Ja, das ist klar. Wenn du ein Mikrofoto brauchst, ich habe jede Menge hier rumliegen. Von Rode. Neunmal ist auch geil. Ja, okay, das würde ich niemals hergeben. Davon habe ich eins. Das würde ich niemals hergeben. Ich habe jetzt aber fünf von Rode. Wenn einer eins braucht, meldet sich bitte. Die Warte ist gesichert. Standort der Geisel in Gefahr. Ander steht direkt bevor. Warte, gesichert. Ja, nachher. Zehn Sekunden noch. Noch fünf Sekunden. Achtung, die Knaben haben sich in der Kastgeleife. Die Tür verbargadiert. Okay. Die Tür verbargadiert. By the way, ich nehme das auch gerade auf. Aber ihr seid nicht mit Schimmel drauf. Motometall und Party Shits nicht mit drauf. Ich verbargadiert. BDG. In der Halde Brigitte. Okay. Wechselmagazine! Hat jemand Sprenggranate? Oder Shotgun? Mira mach mal auf unten. Mach mal auf bitte für mich. Dropper. Letzter verbleibender Gegner. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigene Truppe. Oder so. Ich muss wirklich sagen, unser Trupp, wir haben gegen, wer hieß es nochmal, ein Trupp von ISL gespielt und die waren echt, die waren zwar nicht scheiße, aber wir haben trotzdem gewonnen. Was schon irgendwie komisch ist. Ich hab zwar nur einen Kill gemacht. Ja, die waren mega gut, ey. Ach komm, einmal lassen wir die gewinnen. Warte, ich muss mal hier gerade mal ein kurzes, muss, muss kurz mal das Mikro ausmachen. Ihr müsst die Geisel finden. Geisel gesichtet. Einsatz in 10 Sekunden. 5 Sekunden. Geisel in Sicht. So. Geisel wurde ausgeschaltet. Troll. Wow. Tahun. efficient. Echt. Wow. Ja. InSupport. Vielen Dank.